Die Messe Spiel findet natürlich auch dieses Jahr wieder in den Essener Messehallen statt, also in Essen und diesmal auch wieder Anfang Oktober und deshalb habe ich jetzt ganz aktuell einen Überblicksartikel zur Spiel 2023 veröffentlicht, in dem ihr Termine, Öffnungszeiten, Aussteller, Pre-Oder-Informationen und vieles mehr finden könnt. Und ich möchte den Artikel jetzt mal kurz durchgehen, aber gleich dazu sagen, es ist ja noch ein bisschen hin bis zum Spiel, nicht mehr ganz zwei Monate, also ich würde fast sagen eineinhalb Monate ungefähr. Ich werde diese Artikel natürlich immer weiter noch erweitern, wenn mehr Informationen dazu erscheinen und bekannt gegeben werden. Ihr findet hier aber jedenfalls auch schon eine Menge Infos und zwar könnt ihr auch eine Frage beantworten, ob überhaupt auf die Spiele 2023 geht. Das würde mich sehr interessieren und ja, nehmt an dieser Abstimmung teil. Wir schauen mal gerade, ob es hier schon Teilnehmer gibt. Der Artikel ist ja gerade erschienen. Ja, zwei Teilnehmer, einer ja einen Tag und einer ja mehrere Tage, also immerhin. Die Spiele 2023 findet vom 5. bis 8. Oktober 2023 in Essen statt, also wieder von Donnerstag bis Sonntag. Wenn ihr da hinfahrt, ist die Adresse Messeplatz 1 in Essen und ja, ihr könnt wieder an vier Tagen durch die Hallen streifen. Wie die Hallenaufteilung in diesem Jahr ist, muss man sehen. Es werden wohl auch diesmal wieder die Hallen 1 bis 6 sein, die wirklich genutzt werden. Und die Galeria, das ist die langgezogene Mittelhalle, die Hallen 7 und 8, die waren teilweise letztes Jahr für, ja, da konnte man sich anstellen und konnte dann, da wird eigentlich draußen stand, um reinzugehen. Also so eine Begrüßungshalle, quasi da könnt ihr rein. Ihr könnt natürlich auch hier im Südeingang rein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und der Hallenplan wird aber dann offiziell natürlich von der Spielemesse dann noch veröffentlicht. Und dann sieht man genau. Spannend ist natürlich auch dieses Jahr, man hat vor ein, zwei Monaten angekündigt, dass man ein etwas anderes Standkonzept haben möchte, nämlich thematische Hallen. Dass halt, ja, so wurde es zumindest gesagt, eine Halle zum Beispiel ein Familienspiel ist, eine Halle vier Spielerspiele. Ob man das so hinkriegt, ob man das dieses Jahr überhaupt schon so realisieren kann. Denn, ja, der Vorlauf ist natürlich groß. Die Verlage haben sicherlich ihre Hallen oder ihre Stände schon gebucht, schon vor längerer Zeit. Also ich gehe mal eigentlich davon aus, dass man dieses Jahr dann nicht so viel merkt. Zumal es natürlich schwierig ist, denn gerade große Verlage wie Asmodee, wie Pegasus und andere, die haben ja alles im Sortiment. Die haben ja Einsteiger, Familienspiele bis hin zu Expertenspielen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt in mehreren Hallen kleinere Stände haben wollen, sondern lieber wieder wie bisher ihren großen Einstand. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und ihr seht ja übrigens auch den Mieps. Ich glaube, heißt er jetzt, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist nämlich das neue Maskottchen, was jetzt von Michael Menze für die Spiel in Essen gezeichnet wurde. Und was natürlich auch sehr süß ist, finde ich. Und das finde ich gut, dass man das dann nutzt. Ja, und dann geht es an die Öffnungszeiten. Und die sind von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr. Nur am Sonntag ist eine Stunde früher Schluss. Da könnt ihr nur von 10 Uhr bis 18 Uhr auf die Messe gehen. Aber ich denke, das ist schon genug. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, wenn man da so acht, neun Stunden auf der Messe unterwegs ist, da ist man danach, weiß man schon, was man gemacht hat bei der Großzahl, also Vielzahl an Besuchern. Ist dann doch teilweise eng und ein großer Lautstärkepegel natürlich. Je nach Wetter ist es dann noch relativ warm. Also ich liebe das, auf die Spiele in Essen zu gehen. Aber das reicht dann auch. Ich gehe ja in der Regel zwei Tage. Und das ist für mich dann auch wirklich okay. Die Eintrittskarten können ab sofort online gekauft werden. Es wird diesmal wieder eine gewisse Preiserhöhung. Oder gibt es diesmal wieder eine gewisse Preiserhöhung. Preiserhöhung, was sicherlich auch an den Kosten einfach liegt, die die Messe selber hat. Auch die Kosten für die Hallen, für den Strom und so weiter. Die Versorgung wird größer werden. Auch für die Security zum Beispiel. Das ist ja alles nicht weniger geworden. Das normale Tagesticket für Erwachsene kostet 21 Euro. Ich glaube, letztes Jahr waren es 18 Euro, wenn ich mich erinnere. Für Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbehinderte sind es 18 Euro. Also ein bisschen weniger. Und Kinder bis einschließlich zwölf Jahren bezahlen nur zwölf Euro. Und unter vier Jahren ist der Eintritt auch kostenlos. Also gerade eine Familie mit Kleinstkindern kommt ja dann doch relativ günstig rein. Man kann aber auch eine Familientageskarte sich holen. Ich glaube, bis zu drei Kinder. Zwei Erwachsene und drei Kinder sind hier inklusive. Das kann sich dann auch lohnen. Gerade wenn man eine größere Familie hat, ist es 54 Euro. Es gibt aber wieder Dauerkarten in diesem Jahr. Letztes Jahr gab es, glaube ich, nur zwei Tageskarten und keine kompletten Dauerkarten für alle vier Tage. Die gibt es diesmal wieder. Und das Dauerkartenticket kostet 57 Euro. Also wer mindestens drei Tage da sein möchte und an drei Tagen auf die Messe gehen möchte, für den lohnt sich die Dauerkarte. Für Studenten, Schüler, Auszubildende und Schwerbehinderte sind es 47 Euro. Und für Kinder kostet die Dauerkarte, also bis zwölf Jahren kostet die Dauerkarte 30 Euro. Und wir auch hier unter vier Jahren natürlich kostenlos. Ja, wie gesagt, dadurch sind die Kosten ein bisschen angestiegen. Das ist natürlich schade, denn ich glaube, trotzdem auch hier der Familienkarte gibt und Kinder weniger bezahlen, kann es durchaus sein, dass manche Familien sich jetzt wirklich noch mal zweimal überlegen, ob sie das Geld ausgeben. Ja, mal schauen, wie das angenommen wird. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von diesen, ja, wieder leichten Preissteigerungen hier haltet. Die Anreise ist nicht ganz so einfach, denn direkt auf der Messe, direkt unter der Messe, gibt es zwar ein Parkhaus, aber das ist nur Ausstellern und der Presse vorbehalten. Für normale Besucher sind die Parkplätze P2, ich glaube, P, also gibt es noch mehrere. Die Übersicht habe ich ja verlinkt im Artikel. Auf jeden Fall gibt es von den Parkplätzen P2 und P10, die etwas weiter weg sind. Alle 15 bis 20 Minuten ein Shuttlebus zur Messe und natürlich kommt man auch wieder von der Messe natürlich zu einem Parkplatz zurück. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, eben man da läuft, ist so ein Shuttlebus natürlich gut. Trotzdem muss man sich natürlich das überlegen, wie viel schleppt man da mit. Viele nehmen ja dann auch solche Trolleys mit, die sind ja erlaubt, dass man die mitnimmt. Man darf allerdings keine Brettspielrucksäcke auf dem Rücken haben. Da gab es in der Vergangenheit dann zu viel Schaden, indem jemand sich umgedreht hat und dabei jemand anders getroffen hat mit dem Rucksack. Aber Trolleys, so eine kleine Reisekoffer, die man auf dem Boden hat, die sind erlaubt. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr jetzt nicht vorhabt, massig an Spielen zu kaufen, mit nach Hause zu nehmen. Ihr könnt natürlich auch mit der U-Bahn zum Beispiel anreisen. Das heißt, vom Essener Hauptbahnhof geht es direkt mit der U11 zur Messe und könnt ihr dann an mehreren Haltestationen direkt an der Messe, je nachdem, in welchen Eingang ihr rein wollt, aussteigen. Und auch da kommt ihr eigentlich sehr bequem hin. Ja, und wie gesagt, wenn ihr mit dem Auto kommt, dann möglichst zeitig kommen, um einen guten Parkplatz zu bekommen. Oder eben dann doch vielleicht erst Mittag. Da ist es dann vielleicht wieder ein bisschen ruhiger. Mal schauen. Aussteller wird es auf der Messe natürlich auch wieder viel geben. Im letzten Jahr waren es 980 Aussteller aus 56 Ländern. Das ist natürlich eine große Zahl. Bisher wurde noch nicht bekannt gegeben, wie die Zahl in diesem Jahr ist. Mal schauen, ob man diese Marke wieder knacken kann vom letzten Jahr. Nachdem es ja dann 2021 das erste Mal nach Corona, sozusagen nach dem Corona-Ausfalljahr, wieder eine kleine Spiel gab, gab es im letzten Jahr dann wieder deutlich mehr Aussteller. Und mal schauen, wie es dann in diesem Jahr sein wird. Unter anderem sind viele deutsche Brettspielverlage vertreten. Die habe ich hier mal aufgelistet. Dort kommt ihr auch zu den Neuheitenseiten der einzelnen Verlage und könnt euch anschauen, ja, welche Neuheiten dort in diesem Jahr erschienen sind oder erscheinen werden. Dann auch zur Spiel 23. Aber ich werde natürlich auch noch jetzt in den nächsten Wochen vor der Spiel 23 diverse Vorschau-Listen mit meinen Spiele-Highlights in verschiedenen Kategorien veröffentlichen. Zum Beispiel Familienspiele, Kennerspiele, Expertenspiele, thematische Spiele und so weiter. So, dass ihr da auch, ja, die meiner Meinung nach interessantesten Highlights und Neuheiten auf der Spiel erfahrt. Es soll auch eine, wieder eine App geben. Zumindest ist die auf der neu gestalteten Website der Messespiel auch verlinkt. Die ist aktuell allerdings noch, heißt die Spiel 22. Aber ich gehe mal davon aus, sobald jetzt auch die Informationen über die Neuheiten und über die Verlage alle bei der Messespiel eingegangen sind, wird diese App aktualisiert. Und dann findet ihr in dieser App also wirklich eine sehr schöne Auflistung der Hallen. Ihr könnt euch, ja, Sachen markieren, wo ihr wart, wo ihr hinwollt. Ihr könnt euch Spiele, die ihr euch angeschaut habt, markieren. Also das war eigentlich letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und ich habe die App letztes Jahr auch genutzt, um einfach durch die Hallen zu navigieren. Das ist auch eine schöne Sache. Ihr könnt natürlich auf der Messe Spiel in Essen auch einkaufen. Das ist natürlich für, nicht nur für Spielerinnen und Spieler sehr spannend jedes Jahr. Ich gehe da auch jedes Jahr mit einer Menge Spiele in meinem Kofferraum, fahre ich nach Hause. Aber auch für die Verlage ist das wichtig, gerade für kleinere Verlage. Die machen teilweise wirklich einen wichtigen Teil ihrer Jahresumsätze auf der Spiel in Essen. Und deswegen, ja, auch sehr spannend für Spielerinnen und Spieler. Große Ersparnisse, auch bei Neuheiten, macht man aktuell nicht mehr. So in den letzten Jahren, muss man sagen, sind so die richtigen Sparangebote. Das Sparangebote, auch bei Neuheiten, eigentlich gar nicht mehr so da gewesen. Das ist eher so, dass man jetzt versucht oder dass man jetzt eigentlich in der Regel die Sachen eher kriegt. Also was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass manche Spiele dann wirklich erst teilweise im Frühjahr wieder verfügbar waren. So, dass man erst wirklich hier in Essen eine kleine Charge hat einfliegen lassen, vorproduzieren lassen, wie auch immer. Das war ja auch ein Problem Logistik in den letzten Jahren, dass manche Verlage ihre Spiele nicht mehr rechtzeitig zu Essen nach Deutschland bekommen haben. Also wenn ihr Spiele kauft auf der Messe, Neuheiten werden nicht besonders günstig sein, aber ihr bekommt sie halt und nicht gegebenenfalls erst Monate später. Andererseits gibt es aber auch Angebote. Es gibt ja auch Händler, die auf der Messe essen, also auf der Spiele ihre Stände haben. Und dort gibt es teilweise dann auch wirklich ältere Spiele zu Schnäppchenpreisen. Auch Asmodee hat ja immer so ein Schnäppchenschlauch, hieß es früher. Da hat man auf jeden Fall ältere Tite aus dem eigenen Sortiment, die günstiger zu bekommen sind. Also es lohnt sich schon, da mal reinzuschauen. Was ihr auf jeden Fall überlegen müsst, viele Stände nehmen gar kein Bargeld mehr. Viele sind halt übergegangen mit EC oder Kreditkarte zu bezahlen, teilweise eben wirklich nur damit. Das heißt, ihr solltet die auf jeden Fall mitnehmen, was natürlich für die Händler sicherer ist. Denn in den vergangenen Jahren wurden immer mal Bargeldkassen geklaut. Aber nicht überall ist das. Also es gibt immer noch Verlage oder Kleinstverlage, die einfach vielleicht nicht die Infrastruktur haben für eine EC- oder Kreditkartenabzahlung. Das heißt, Bargeld solltet ihr auch mitnehmen. Es wird auch wieder ein Paketversand geben. Das heißt, wer von weiter weg kommt und die Spiele jetzt nicht mit der Bahn oder so nach Hause transportieren möchte oder kann, der kann sich die auch zuschicken lassen. Und wie ich schon gesagt habe, Trolleys und Taschen sind weiterhin erlaubt, Brettspielrucksäcke dagegen nicht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Vorbestellungen zu tätigen für Neuheiten bzw. Crowdfunding-Pickups zu nutzen. Vorbestellungen ist es so, dass jedes Jahr verschiedene Verlage eben die Möglichkeit bieten, in den Monaten vorher Neuheiten vorzubestellen, die man dann einfach dort am Stand sich abholen kann, bezahlt und abholen kann. Das ist einfach für die Verlage natürlich interessant, weil sie wissen, okay, wie viel haben wir auf jeden Fall, die abgeholt werden, die gekauft werden. Und es ist halt so, dass viele Neuheiten jedes Jahr schon teilweise am Donnerstag ausverkauft sind irgendwann. Und wer dann erst am Wochenende, am Samstag zum Beispiel kommt, hat dann wirklich teilweise Schwierigkeiten, bestimmte Neuheiten zu bekommen. Und das ist natürlich eine Option, die Sachen vorzubestellen. Und dann liegen sie halt bei dem Verlag dann auch. Und ihr könnt sie immer noch entspannt am Samstag oder Sonntagvormittag abholen. Und ich glaube, irgendwann Sonntagnachmittag verkaufen sie die Sachen einfach auch dann, weil, ja, auch nicht jeder, der vorbestellt, holt sie dann wirklich ab, die Sachen. Aber wer unbedingt bestimmtes Spiel dringend haben möchte, der sollte mal schauen, ob es hier eine Vorbestellmöglichkeit gibt. Da habe ich auch eine aktuelle Liste bei BoardGameGeek verlinkt, die immer weiter ergänzt wird, wo ihr die Verlage findet, die solche Vorbestellungen anbieten. Und ihr solltet mal überlegen und eure Kickstarter- und GameFound-Historie reinschauen, ob ihr bei irgendeinem Crowdfunding-Projekt eventuell Spiel-Pick-Up, also Essen-Pick-Up gewählt habt. Denn der ein oder andere Verlag bietet das halt auch an. Um Versandkosten auch für den Bäcker zu sparen, kann man sich teilweise Kickstarter- oder GameFound-Brettspiele direkt auf der Spielen-Essen abholen. Das ist aber noch nicht so häufig. Und in den letzten Jahren wurde das auch seltener angeboten, weil die Verlage natürlich auch selber gemerkt haben, es ist schwer, also es ist generell schon für die normalen Verlage, da schwer zu takten und zu timen, dass die Spiele wirklich nach Essen es schaffen auf die Messe. Und das ist natürlich für ein Crowdfunding-Projekt noch schwieriger und noch schlechter planbar. Aber wenn ihr so ein Spiel habt, vergesst das nicht, dass es mir schon mal passiert, dass ich ein Crowdfunding-Essen-Pick-Up gewählt hatte, das aber vergessen habe, mich gewundert habe, wo bleibt denn mein Spiel? Da den Verlag angeschrieben habe und dann meinte, du hast Essen-Pick-Up gewählt, warst aber nicht da, um das Spiel abzuholen. Naja, dann ist noch viel Zeit vergangen, ich musste noch Versandkosten zusätzlich bezahlen und habe dann mein Spiel wirklich später bekommen. Also nicht vergessen, wenn ihr so ein Crowdfunding-Pick-Up noch für die Messe habt. Wer auf dem Spiel arbeiten möchte, da gibt es auch Möglichkeiten, denn viele Verlage suchen Erklärbären, Verkäufer und andere Personen für ihre Stände. Da gibt es bei der Spielmesse direkt auf der Website eine offizielle Jobliste, die habe ich auch verlinkt und es gibt eine kleine Entlohnung, dass ihr wirklich da auch nicht umsonst arbeiten müsst. Damit wird man jetzt auch nicht reich, aber immerhin gibt es eine Entlohnung. Könnt ihr ja mal auch schauen, ob euch das interessiert. Und natürlich gibt es parallel auch ein Programm. Es soll, wie man hier in dem Video, was ich verlinkt habe, auch sieht, sollte es verschiedene Thementage geben. Und so wird es zum Beispiel am Freitag, den 6. Oktober 2023 von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr den sogenannten Educators Day geben. Der ist schon etabliert, gab es schon einige Jahre. Der ist vor allem dann auch für Lehrer und Ähnliche, wo man einfach schaut, okay, wie können denn Spiele auch in der Schule genutzt werden, welche Forschungsbereiche gibt es im Bereich der Brettspiele und so weiter. Und da gibt es einige Vorträge und Panels und Diskussionsrunden. Und es wird auch an einem anderen Tag das Thema 40 Jahre Spiel geben. Also die Messe Spiel wird 40 Jahre alt und auch dazu wird es Panels und Vorträge geben. Und natürlich gibt es dann bald weitere Infos zu einzelnen Programmpunkten und Themen. Und es wird natürlich auch zum Beispiel wieder eine Prototypen-Galerie geben, die man sich angucken kann und eine Artist-Alley, wo man eben sich zum Beispiel Unterschriften von den einzelnen Designern und Grafikern etc. holen kann. Es wird auch eine Meet-and-Play-Veranstaltung geben, die wieder von dem Johannes veranstaltet wird, am Samstag von 14 bis 18 Uhr. Wo genauer wird man noch sehen, in welchem Raum. Aber hier werden verschiedene YouTube-Podcasts, Instagram und Blogger aus der Brettspiele-Szene dabei sein. Und ihr könnt die dann besuchen und mit denen auch zocken. Es wird wieder Kinderanimationen in der Galerie ergeben. Dort wird es also wieder sehr voll werden und generell noch einiges mehr. Und die genauen Infos werden natürlich auch in den nächsten Wochen dann bekannt gegeben. Und kurz vor der Messe, ich glaube so zwei Wochen vor der Messe, gibt es dann auch den Spielguide 23. Zumindest gab es das in den letzten Jahren immer wieder. Das ist ein PDF-Magazin, wo halt nochmal die Neuheiten, aber auch Programmen etc. drin aufgelistet ist. Das kann man sich als PDF herunterladen von der Website. Verlinke ich dann natürlich auch hier, wenn es erschienen ist. Aber das gibt es dann auch auf der Messe als gedrucktes, kostenloses Exemplar. Kann man sich das mit dann nehmen am Eingang. Ja und für alle, die nur teilweise oder gar nicht auf der Spiel 23 sind, ist natürlich spannend, was es denn für Streaming und Videos von der Messe geben wird. Und da gab es ja in den letzten Jahren immer wieder auch Livestreams. So wird es wohl wieder auf dem offiziellen YouTube-Panal zumindest jeden Tag Videos geben, wo man über die Messe geht, wo man über bestimmte Dinge berichtet. Das ist ganz spannend. Ob es dieses Jahr wieder einen offiziellen Livestream geben wird, wie in den letzten Jahren, muss man mal schauen. Das habe ich noch keine Infos zu gefunden. Aber ich gehe mal sicher davon aus, dass es in irgendeiner Form da was geben wird. Und zudem werden auch weitere deutsche YouTuber und vielleicht auch englische, englsprachige YouTuber live streamen. Ob sie jetzt direkt von der Messe streamen oder zum Beispiel von zu Hause, aber Messe-Neuheiten spielen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe natürlich auch mal wieder das Board Game Geek mal wieder live von der Messe streamen. Das habe ich eigentlich vor ein paar Jahren vor Corona sehr gern geschaut. An den Tagen, wo ich nicht auf der Messe war, weil sie dort immer wieder Interviews gemacht haben mit Autoren, mit Verlagen etc. Das fand ich sehr spannend. Und mal schauen, ob auch diesmal wieder große Verlage wie Asmodee oder Pegasus-Spiele eigene Streams während der Messe machen mit ihren Neuheiten. Also da wird sicherlich einiges kommen, aber das wird dann erst in den nächsten Wochen dann auch noch bekannt gegeben. Ja, das war so der erste Überblick über die wichtigsten Eckdaten zur Spiel 23. Hinterlasst gerne einen Kommentar unter dem Artikel oder hier unter dem Video, was ihr davon haltet, ob ihr dabei sein werdet, welche Infos ihr vielleicht noch haben wollt, was ihr noch wissen wollt, was ihr euch vielleicht wünscht. Das würde mich sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns sicherlich bald im nächsten Video wieder. Bis dann!